hallo liebe freunde von world of parks die gewinner stehen fest für die world of parks awards 2022 und dann fangen wir an mit dem kinderfreundlichsten park in europa das ist das ravensburger spielerland geworden dann hat nächste kategorie bestes event in einem europäischen freizeitpark ist das halloween horror festival im moviepark germany dann die beste show in einem europäischen freizeitpark da gehen wir nach spanien nach port aventura destination dance und wir bleiben direkt auch in port aventura port aventura ist nämlich wieder von euch zum besten europäischen freizeitpark gewillt worden und für die beste neuheit gehen wir nach frankreich ins furtius dort wurden die tornado chasers diese neuheit ausgezeichnet von euch ja vielen dank dass ihr teilgenommen hat und seid auch im nächsten jahr wieder mit dabei so 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 so